seiten die die welt nicht braucht herzlich willkommen ich bin mikweb und bin ich hier heute um zu zeigen seiten die die welt nicht braucht nutzlose seiten gibt das viele und eine davon ist diese zombo.com zeig euch das ist zombo.com welcome to zombo.com welcome to zombo.com welcome to zombo.com das ist echt eine schräge seite so eine seite noch nie gesehen die nützlichkeit ich mache aus weil ich höre verrückt das ist echt eine seite die die welt nicht braucht ich verstehe keinen sinn und ich bin sprachlos ich kann diese seite nicht erklären tut mir leid